Man ist schon an der Bühne, ein guter Bus-Bimbo-Bin. Ich finde es gut, dass die Hände immer so nach hinten stehen. Der hat irgendwie einen Schlusslauf gehabt, genau. Krabi, ich glaube ich hatte die Taschenlampe vergessen. Patricia Anderson, Kruzifix, MF-Reader und Räucherstäbchen. Kannst halt aufheben. Ah, die Map. Ich bin immer geteilt. In unserem Versteckzimmer, Phil. Wenn du reinkommst, gleich rechts rum. Passt. Moin. ... ... ... ... ... Weißt du, die Tstudlampen einfach mal öblegen, weil sie wurscht ist? Ich habe jetzt gerade so alles beim Eingang einmal hingeworfen. Aktivität ist aber nur low. Das muss das Badezimmer dahinten sein. Das muss das Badezimmer 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 sein. Das ist das Badezimmer. 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 Wir werden hoffen, wieder ein bisschen Action über die Kamera sehen. Das schaut so cool aus. Der Boy schwebt in der Luft. Fehlt es einer, die ist bei 60, Vamp ist bei 70. Also weit weg, entfernt, auch. Ja, ich habe es weit weg gehört, als ich die Treppe hochkomme. Deshalb dachte ich, es war bei dir. Viel ist er bei 50 mit der Sanity, also alles gut. Aktivität ist bei 4, ist gerade so der Peak gewesen. Aktivität auf 0, Sanity auf 45 bei Phil. Weiterhin auf 0. Aktivität bei 2. Aktivität bei 2. 4. Und wieder unten auf 2. Guck mal, Kurz-Effekt. Ist noch offen. Da müssen wir jetzt wahrscheinlich auf 0 sein, bis das endlich losgeht. Weiß ich nicht, machen wir nicht einfach gleich den nächsten Job? Okay, wir machen wir ja. GG, meine Freunde. Ordentlichen Job. Da fehle so Alarm im Board drin gewesen, sich um und umgedreht und nichts ist passiert. Hallo Poltergeist. Ja. 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 Acknowledged. Ja. 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 Hallo. Da sind wir Vorschläge. Da sind unsere Job's schon fertig. Danke für ihr.